Heyo Leute, ich bin's FreshG und es geht weiter mit Let's Play Dead Space 1 und ich hole mir jetzt das Schemata für meinen neuen Anzug. Ladidadada. Da liegt es. Oh yeah. Da liegt es. Oh yeah. Ich mach von mir meinen neuen Anzug. Sag adi, alter Anzug. Das ist ja gerade stehen geblieben. Ey, kannst du mir mal bitte sagen, warum du gerade stehen geblieben bist? So, Shop, ich will eine neue Anzug. Yeah, bitch. Boah, Glück, dass ich 32.000 hab, weil sonst hätte ich mir den hier ja beinahe nicht holen können. Oh yeah. Das sieht doch schon mal nice aus mit dem Helm und mit der Panzerung. Am Rücken haben wir jetzt auch Panzerung. So, sogar neben der Rig, ey. Boah, das sieht jetzt Hammer aus. Oh. Ist mal ein bisschen doof, aber ich bin jetzt schon gespannt, wie der vierte Anzug dann aussieht. Ey, das ist nice. Ähm, wir haben einen Knoten und ja, gehen wir einfach mal weiter. Wir haben alle, wir haben alle, wir sind zufrieden. Wir müssen noch hier rein. Ja, müssen wir. Das ist Meuterei. Ich besichtige Sie alle der Meuterei. Kein Sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Thiles für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terrence, bitte. Es tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter. Ketzer. Haltet seinen Kopf. Mörder. Haltet ihn fest. Aaaaaaahhh. Aaaaaaahhh. Gah. Er, er ist gut. Wir haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Loll. Scheiße. Das war wohl so nicht geplant. Hallo. So. Na, das ist wohl ein bisschen doof gelaufen. Hatte ich eigentlich irgendwie einen Halbleiter mit? Ne, okay. Weil das wäre ein bisschen doof. Das würde mir ja Platz verbrauchen. Aber, ich habe ja jetzt viel Platz wieder. Yeah. Also, welche Waffe habe ich? Können wir eigentlich wechseln. So ein bisschen um, äh, Fahrstuhlmusik würde ich jetzt hier. Ganz cool. Scheiße. Das meinte ich jetzt nicht mit Fahrstuhlmusik. Oh, ey. Himura Ship Systems Department. Boah, ey. Das hat mir echt gerade... Hat mir keine Gänsehaut gemacht, aber... Das hat so ein bisschen in den Gliedern gezogen, ey. Das war nice. Fahrstuhlmusik wäre jetzt ganz cool. Krasse Sache. Ah, scheiße. Ich habe jetzt nur unten gelesen. Was stand denn oben? No. Verarscht, der. Weißt du was? Ich teste an dir einfach mal meine neue Waffe. Okay. Nice Waffe und ich glaube, der war tot. Aber immerhin hat er jetzt was reinlassen. Das ist doch ganz gut, auf die Diener zu treten. Oder wie, auch wenn die tot sind. Hier wird irgendwie alles aufgeladen. Das kann ja eigentlich nur heißen, dass vielleicht die Party abgeht. Oder? Okay. Schwerkraftplatten. Ah, ich glaube, das meint sie damit. Okay. Und jetzt da rechts. Vorbei. Ups. Läufst du auch da rein? Geown, bitch. Verdammt. Das hat den ja mal weggeholzt. Das ist ja echt eine krasse Waffe. Ah, ich glaube, die hebe ich mir dann ein bisschen auf. Für irgendwie, äh, ja, schwierige Zeiten. Also, wenn richtig, richtig viele Gegner auf mich zukommen, dann kann man da, glaube ich, richtig mal nice durchholzen. Wie geht's? Pfff. 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 Okay, da müsste jetzt eigentlich noch einer kommen. Grüezi miteinander. Nee. Gehen wir da rein? Okay, dann ist es. So. Das muss ich dann wieder hier auseinandernehmen. Jo. Boah, das hat sich wieder größer angehört. Holy fucking Barbecue Sauce. Nein, 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 nein. Komm, 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 du bleibst mal weg. Shit. Shit, Alter. Ich weiß nicht, selbe Taktik? Funktioniert der jetzt irgendwie nicht? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Huh? Huh? Okay, der macht auch so eine Sprintangriffe. Bei dem leckt es ganz schön, ich weiß gar nicht warum. Mögi, doch. Und down ist er Oh man Ey, ich stell mir so vor Irgendwann treff ich den in so einem riesen Raum Und ich hab keine Chance So quasi dieses Bug-Using zu machen Boah Ey, darauf hab ich ja gar keinen Bock Okay Ähm Ah ne, wieder nicht Energiezufuhr zum AASC gestellt Schiffssysteme auf Verteilerkasten umgeleitet Ich mache Fortschritte mit dem Peilraster Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen So, weiter Okay Das war jetzt also der erste Punkt, wo ich Ähm Wieder was aktivieren sollte Oho, das hätte ja was werden können Okay Okay Da hören wir wieder jemanden Ach komm Der Krieg war jetzt ein bisschen schlecht Gehst da hinten hoch, kommst sofort wieder raus Ein bisschen mehr kann ich wohl schon von hier erwarten Hier Hier schon Oh lai Oh laho Okay Sooo Dann würde ich mal sagen Kann ich kurz speichern Und Nutze diese Stelle dann Eigentlich auch gleich mal Um Diesen Part zu beenden Aber nicht Bevor ich diese Drohung hier noch aufgemacht hab Beziehungsweise Wandschrank Also Dann Bis zum nächsten Part, Leute Tschau Tschau